Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy hier aus Ceramortis. Und zwar droppt das Toy einmal von einem Rare Mob. Und wir befinden uns hier einmal auf den Koordinaten 63, 49. Und hier haben wir einen Rare Mob, der schimpft sich, Zirat der Begehrliche. Und der kann zu einer 10-12%igen Drop Chance uns das Toy droppen. Und zwar Zirats präparierte Truhe. Und ich habe das vorhin schon mit einem Twink bekommen gehabt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einmal gemeinsam an. Also ihr seht, da hinten ist das Lager und hier auf dem Hügel ist der Kollege drauf. Und hier haben wir auch die Truhe. Die können wir jetzt einmal aufstellen. Einfach einmal hier hin basteln. Und aus dieser Truhe können wir theoretisch ein T-Mock-Set rauskriegen. Werden wir den Glück haben, werden wir Pech haben. Seht ihr, die Truhe ist halt präpariert. Und dann werden wir hier einmal in die Falle gepackt. Und nochmal. Ich habe das schon einmal getestet. Da habe ich so drei, vier Trice gebraucht, bis ich die Truhe wirklich öffnen konnte. Jetzt gucken wir mal. Ne, ich wurde nochmal in die Falle gepackt. Es sollen anscheinend zwei Sachen drin sein, die man usen kann. Ah, da haben wir es. Und jetzt haben wir dementsprechend hier diese Klamotten. Die können wir anziehen. Und dann sehen wir so aus wie der Rare. Haben quasi so eine Verkleidung. Sind so ein Broker-Dude. Und ja, ist eigentlich ein ganz nettes Ding. Ah, wir können sogar unsere Waffe in die Hand nehmen. Seht ihr das? Hat was, das Teil. Das kannst du halt dann öfter anklicken. Wahrscheinlich auch andere Leute. Und irgendwas anderes soll da, glaube ich, noch drin sein. Irgend so ein anderes Consumable-Item. Und warte mal, ich habe das mal hier in den Kommentaren raus. Genau, man kann dann noch so einen Kuchen quasi rausziehen, was man essen kann. Aber ja, hier die Verwandlung ist die coole Geschichte in der Sache. Also, ich zeige es nochmal auf eurem Map. Hier oben haben wir den Rare. Und ja, die Drop-Chance ist etwa so um die 10% rum. Also gar nicht sonderlich schlecht. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.